ARD Text im Auftrag von Funk Ich kann irgendwie auch nichts bestellen Oh, oh, wie lebe ich nur? Hä, bin ich gerade durch Minen gelaufen und habe das überlebt? Überlebt man das, wenn man in dieser Anzeige ist? Oh So viel dazu Ich würde schon gerne noch den letzten Tesla-Tor bestellen Ja, hinter mir ist nämlich auch irgendwas los Oh ja, nicht wenig Wo ist mein Geschütz da vorne? Komm, lass mich durch, ich muss es irgendwie zu meinem Geschütz schaffen Oh Gott, das steht in Flammen, im wahrsten Sinne Verbrenne ich mir jetzt den Anus Ich probiere es aus Oh nein, schlepp doch den Tesla-Tor nicht hierher Ich lebe? Wie lebe ich? Okay, ich nehme es Aber normalerweise bin ich absolut in seinem Radius Ich verstehe nicht, warum ich noch lebe Vielleicht ist mein Gerät hier ja Blitzabweisend Wer weiß Wir halten jetzt hier einfach mal durch, solange wir können Immer wieder schön anzusehen, wie in genau dieser Sekunde ein Stürmer um die Ecke kommt, um meinen epischen Moment zu versauen, danke Und somit ist offiziell auch auf diesem Planeten die Grillsaison eröffnet Oh, er hat sogar auch noch einen zweiten dabei, perfekt Welcome to hell, motherf***ers Mit Tesla-Turm, Flammenwerber, wie wollt ihr hier Leben durchkommen? Als selbsternannte Arzt verordne ich euch Hitzetherapie Brennt Ich brauche jetzt aber mal meinen Schützturm Ja, da ist es Denn was ist besser als Hitze? Heißes Blei Oh, guck mal hier, rechts Was ist mit ihm? Er guckt mir einfach zu, wie ich seine Kollegen abstetze Ich glaube, er will was lernen Er guckt einfach zu, wie das Ding hier funktioniert Na, ist das interessant für dich? Wow Na, dann musst du auch sterben Das ist schnell zu erinnern Nein, 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 und nochmals, nein Nochmal falle ich nicht auf euch rein Zwei von deiner Sorte haben mich schon betrogen Ich dachte, die geben mir die Hand zur Freundschaft Ich gebe euch jetzt höchstens den Tesla-Turm Zur Feindschaft Oh, wie der lebt noch Oh, okay, hat's doch gemacht Ich verstehe gar nicht, warum der Tesla-Turm so verpönt ist Na gut, der hat ungefähr so viele Menschen schon geröstet Wie ein handelsüblicher Toaster Aber gegen die Bugs alleine Ist der schon ziemlich geil, finde ich Man kann sich das hier einfach entspannt angucken Die kämpfen gegen den Turm, haben keine Chance Guck mal, hier fliegen noch ein paar Gliedmaßen einfach durch die Gegend Ich rühre mich kein Stück Und den wirst du sogar noch ignoriert Der Typ hinter mir kämpft und sein Leben Und die ignorieren mich einfach geil Oh, da links ist ein Purscher Ich schwöre, da war ein Purscher Das war... Der wollte sterben Nein, leider nicht Big Balls Irishman is back Und die Schüsse gehen zwar irgendwie in den Boden Aber treffen dennoch den Gegner Das ist absolut realitätsnah Genau wie dieses Nachlanden Hat Casper hier gerade nachgeladen? An kann mir ja einiges vorwerfen Aber dass ich panisch werde Absolut nicht Guck mal, wie viele das sind Warum ist deren Nest genau neben der Evakuierungszone? Warum ist das fair? Warum haben wir da nicht drauf geachtet? Guck mal, wie viel hier los ist einfach Hier ist ja mehr Ringelpiez mit Anfassen als in jedem Swingerclub Excuse me? Wie sollen wir hier rauskommen? Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll Guckt euch das an Ist das lächerlich Jo, das war's Ich sehe gar nichts mehr Oh, wie lebe ich? Okay, never mind Eigentlich will ich gar nicht wiederbelebt werden Es ist absolut hirnlos Ich bin sofort wieder tot Das ist ja gar nicht voll Digga, kannst du nicht Tipp 1, niemals die Strahlen kreuzen Tipp 2, hört nicht auf meine Tipps Es ist schon ganz schön OP Mit all den Laserstrahlen hier Ist auf jeden Fall gutes Gemetzel Nur die Stromrechnung könnte ein bisschen höher ausfallen In diesem Monat Ich bin sofort Imperial Ich binrankin